Willkommen zurück bei Family Guy, back to the what the fuck, eh, ich meine natürlich Multiverse. Sorry, ich bin noch mitten im Kampf gegen... ...whatever the fuck that is. Ich weiß es nicht, irgendwie... Was zum... Ich komm nicht klar, was zum Geil ist das? Und diese nerven mich so übelst, ey... ...karte, ich hab' den besten Stutzens... ...den Newtons duzen, damit sie... ...neineine... ...nein, nein, 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 nein... Alter... ...sieht gut aus, das sieht gut aus... ...ausweichen, ausweichen, ausweichen... ...NEIN! Okay, jetzt wird's doch hart auf hart... ...komm schon... ich treffe nix aber solle ich ihn hier locken ich bin überfordert überfragt jetzt kann ich mich einigermaßen gut aufhalten das einzig gute was ich gerade sehe ach jetzt ist kein problem ich weiß schon wie es geht ich hab's irgendwie gesehen und in your face was ist das darf doch nicht zu lang gucken ach da ist er ach du scheiße 8 8 8 ich muss ein bisschen zusammenreißen ich habe keine nichts mehr zum aufladen soll hast du davon ich höre es hier schon wieder gott sei dank nicht und bäms gott sei dank ich hätte man doch so paranoid nein 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 halbzeichen soll dass ich gerade über wenigstens labern kann aber ich kann ich glaube ich nicht mal zu veratmen das ich weiß nicht was hier gerade passiert aber ich weiß was ich weiß nämlich die bitch wird der strott ha 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 irgendwie schon gut welt fertig verdiente belohnen neue mehrspieler-charakter kann sie gekauft werden sieht aus wie gott wie ich es denn noch mal ich weiß es aber der ein bisschen langsam geredet hat und behindert vielen dank so ich bin davor dass dieses etwas makabere kapitel fertig ist aber ja das passt einfach so gut dazu zur family gader konnte man nicht drumherum sowas auch zu machen anscheinend auch wenn ich nicht weiß was ich gerade zerstört habe waren es zusammengebastelte behindest die busse werfen mein therapeut sagt ja gut das haben wir noch neue kampagne waffe aha unbehindert videos freigeschaltet das sind diese cutscenes wir kennen ja schon gesehen zwei von zehn ich wusste ich habe auch die übersehen oder fast alle ich weiß nicht wo die sind aber dafür alle busse zerstört oh ja gut ich habe noch viel zeit also packen wir es an mit dem muss noch kurz was aufschreiben ähm so und weiter geht's warum bin ich so komisch wer weiß stalingrad ja das weiß ich noch ja das weiß ich noch das weiß ich noch nicht oh mein Gott brian remember how mayor west had a cat launcher vaguely yeah well apparently evil mayor west has nuclear cat launchers ah come on brian we've got to stop evil mayor west from getting these to bertram was ist dustin was ist dustin you should try to find the little kitty cat figurines evil mayor west has scattered around be a nice little memento of y'alls a jerk you got a satchel charge and it goes with your shirt yay ja ich bin so verwirrt ich weiß nicht was gerade los ist muss ich erst mal umgucken aber nicht weiß was hier los ist jetzt geht das böse eine komme gerade ein bisschen wie stalingrad vor jetzt habe ich da gerade vor ein paar tagen eine doku gesehen bei n24 und das sieht ungefähr genauso aus vielleicht nicht wolken technisch aber so in der art ich weiß nicht wie mag ich die welt ich weiß nicht warum irgendwie ich weiß nicht warum irgendwie ich weiß nicht warum irgendwie die musik ist auch ziemlich geil so was ist ja los wo wo geht die nicht hoch ach so geht die cool bäms schön das ist ja cool das ist ja cool oh ups fuck wenigstens die ampel ist hin hier nicht ach gut dann habe ich auch noch die flammenwerfer machen machen wir den guten alten wo 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 so wie es sich gehört was okay 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 ich habe es ich habe es das ist eigentlich clamp kitty irgendwas gut da ist noch energie ich habe jetzt pack der weiß wann ich das brauchen kann vielleicht jetzt schon wer weiß wer weiß wer weiß wer weiß Blast! Du musst nicht den Turret blasten, wenn er explodiert wird. Hast du noch welche? Hast du noch welche? Schon? Gut, gut, gut. Aufheilen, aufheilen. Dann kommt mir doch ein bisschen... Geht weg. Je näher du zu City Hall, desto mehr verhörst du. Auch hier gibt es ein Schmerz, das wir nicht wissen können, was es ist. Was ist da? Nein! Nein! Ich bin so doof! Ach komm! Nicht erwischt, egal. Wo kommt der denn auf einmal her? Was geht hier ab? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Komm ich hier vorbei, komm ich vorbei, komm ich vorbei? Wir machen das nicht. Seht irgendwie so aus, aber ich weiß nicht! Der auch so kaputt! Und der wird auch wirklich kaputt! Anscheinend nicht! alle guten Stutzens! Stuy 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 komm! Ich hab kein Zeit für sowas. Und... ...würfen! Nein 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 nein! Nein 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 nein! Was zum der Affe? Ich wusste, er kommt. Okay, sehen wir, was wir hier gelernt haben? Wenn Evil Stewie aktiviert ein Tank, müssen wir ihn zu reprogrammen, um ihn zu zerstören. Es kann auch keine andere Wahl, wenn es weitergeht. Nein, 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 das schaffe ich nicht. Ich habe es nicht geschafft. Gut, der Respawnpunkt übrigens. Motherland ist calling. Schön. Oh, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, der Geist! All right, endlich geteilt. Oh, ne Katze! Bums! Oh, der Bubu! Ah, der Bubu! Ah, der Bubu! Oh, der Bubu! wenn ich mich hier kann keine keine treffen zumindest größtentechnisch gesehen wunderbar sondern wird ein bisschen einfacher ich treffe ich mal die was geht ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig das schaffe ich schon schaffe ich schon gut wenn ich jetzt wieder weitere höhere ganz kurz ich weiß ich komme nicht weiter ich muss ich hier erst mal zur knete durch kämpfen dann hier rein ich muss hier durch auch wenn es mein untergang gedeutet aber da ist alles nichts ist einfach nur bewegung bleiben dann kann nichts passieren eigentlich alter was geht hier ab eigentlich ich dachte der boss der letzten welt wäre ein bisschen abgefuckt aber ich kenne mich ja gar nicht aus nichts weiß ich hier vor allem sie mit katzen und das ist schon mal ich sag mal nicht die feine englische ich konnte nicht mal dazu die ganzen ganzen posten zu gucken oder was hier los ist ich bin ein bisschen kneter wie sie zeitlich ist wir haben noch ein paar minuten kein ding prämier den funkt man zum stimmt genau ich brauche jetzt mal ein paar midi packs damit ich ein bisschen aufgerüsteter bin ich brauche nur vorzeitig jetzt groß weiß kann ich auch am programmieren oder wie oder was anscheinend nicht okay gehe ich mal dahin wohin mich der weg führt nämlich dahin nervig nicht das ist hier störe mich nicht verdammt komm du bist du weil ich gut gut oh nein das war mein favoritem tank sein Name war reggie tja du hast Pech gehabt jetzt kommt nummer zwei okay das ist eh schon da wo ich glaube ich hin renne alter natürlich renne ich ein stacheldraut rein das ist gar keine frage ich kann mich nicht gut verstecken alter was geht hier ab warum denn sind die so stark oder bin ich so schwach aber kein bock dass ich mit einem flammwerfer alter wo kommt er her ich bis vorne zu schnell eben glaube ich dass ich hier noch mal verrecken und zwar ziemlich böse ich habe mir einigermaßen gute strategie glaube ich entwickelt jetzt mal der rauf geht verdammt gut gut dass er gleich nachschub kommt das ist ja das habe ich mir auch gewünscht so das ist ja genau bisschen mehr mit ihm vielleicht machen da treff ich wenigstens was das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht okay wenn die zurück sie ist zurück ist doch ein witz oder nein wieso okay dass sie mich mal töten irgendwie muss das ein bisschen anders angehen kann aber auch hier nichts riesengroßen deckung wenigstens auch noch angegriffen selbst hier bin ich getroffen ich bin einigermaßen sicher gut dass der mich nicht trifft okay wir machen es am besten muss ich jetzt mal schön ist auch ein wunderbar da freue ich mich ja ich habe keinen plan aber zumindest kommt da kein daraus kann ich hier überhaupt sein natürlich nicht oder eine katze ich habe ihn gebrochen ich habe ihn gebrochen ich habe ihn gebrochen langsame langsame nein was gut deckung gehen deckung gehen wenn es das denn jetzt diese kotz der ich frage mich schon gar nicht mehr was hier los ist immer sicher ein kleines midi pack wird es mir das davor schon aufgefallen ist falsche waffe ist etwas besser ja super das ist noch eine ach wie geil das so spiel ist häufig wenigstens mal was dieser wechsel nicht lang dauern will ich dich vorsichtig hier ist noch eins der satz vorgebracht ich überziehe mal wieder ein bisschen ich sag's geld mal vorweg wachsen ein bisschen übervorsichtig nein nein alter das ist ja nur ein das ist der da hinten irgendwo Ich liebe diesen Job mehr, als ich Taffy liebe. Ich liebe diesen Job, ich will etwas mehr! Verdammt, ey. Wie gesagt, sorry, dass ich gerade etwas wenig quatsche. Ich kann mich nur noch wiederholen. Ich muss mich ja... ...übelst konzentrieren, das. Wo war das? War's das du? Wo war der da? Ich kann jetzt mal mit ihm... NEIN! Okay, das war alles auf dieser Seite. Ich muss irgendwo von hier sein. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Das war's auf jeden Fall für diesen Part. Ich hab's gar nicht geschafft, gar nicht weit. Ja, wie gesagt, ich doch keine... ...wichtigen Ballerspiele, so ein... ...dien, sondern deshalb ist er für mich gerade noch nicht so schlimm, aber... ...peinlich schon, irgendwie. Naja. Wie ich mich dann... ...weiterschlagen, ist der dann im nächsten Part. Also danke für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Family Guy Back to the Multiverse. Und dann schießen wir zurück. Ist doch klar. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.